so was geht ab youtube willkommen zum neuen video ich habe mir heute gedacht weil viele von euch ja sehr gerne oder vielleicht sogar momentan am liebsten rebirth zocken mache ich euch mal ein video mit geilen rebirth loadouts von meter loadouts angefangen hat sie quasi ja von den besten waffen die es momentan gibt die besten loadouts von ja oldschool loadouts sich immer noch sehr gerne spiel loadouts die sich auf wieder für mich persönlich sehr gut bewährt haben ja wie gesagt ich weiß dass viele von euch zocken deshalb dachte ich mache jetzt mal so ein video überhaupt würde ich sagen direkt rein in die loadouts und dann erzähle ich euch ein bisschen was zu den loadouts wieso weshalb warum ich das so spiele und nicht anders an erster stelle natürlich direkt meter loadout das spiel dass die aktuell die präne die denke ich viele von euch zocken ich spiele sie so ich zeige euch immer einmal kurz die aufsätze dann könnt ihr die gerne kopieren wie gesagt ich spiel den das ist der letzte schafft der erste schafft das war es komplett den ersten schafft dann seht ihr ja hier die aufsätze ja das ding hat eigentlich nahezu gar keinen rückstoß wie gesagt zu dem leute will ich jetzt auch nicht viel erklären erklären oder erzählen weil es eigentlich relativ ja simpel ist weil es einfach eigentlich momentan das beste ist was man spielen kann von der time to kill vom recall von allem her so spiele ich meine mp40 ihr könnt auch sehr gerne bei der optik das letzte benutzen das gibt es jetzt nicht viel ich glaube ich habe sogar bei einer mp40 bei mir auch das letzte ansonsten für mir die brand munition wieso weshalb warum brand munition ich weiß etwas ehrenlos aber vor allem auf riebe habt ihr sehr viele fight sag ich mal die ja im nahkampf irgendwie stattfinden oder ihr verfolgen gegner und wenn ihr dann mit der brand moni abschließt kann er sich nicht die platten geben direkt das heißt er muss noch mal ein zwei drei sekunden teilweise warten bis er sich ja hoch pläten kann und da glaubt ihr den mann oder frau hinterher könnt ihr euch schnappen ohne dass er sich wie gesagt hochheben kann deshalb spiele ich sehr gerne momentan die brand munition die anderen aufsätze ja sind denke ich relativ selbsterklärend spielen wahrscheinlich die meisten von euch ohnehin schon so ansonsten probiert gerne mal das bild hier aus ich spiele noch vielleicht an der stelle noch wichtig zu erwähnen tape grip weil dann kann ich wenn ich den b40 in der hand habe schneller die waffe wechseln das ersetzt eigentlich dieses perk hier normalerweise das gilt jetzt auch für alle klassen normalerweise spiele ich kommt es gerade so kampf schwer vor allem auf caldera weil ich da die gegner nicht sehe ist auf weber ja teilweise überflüssig weil wie gesagt normalerweise sieht man die gegner auf weber ist vielleicht ganz gut wenn man im team spielt weil er dann noch automatisch für die ja für eure team jetzt die gegner pinkt auf weber habe ich tatsächlich trotzdem für mt entschieden weil ich viele stanz benutze und wurfmesser und das geht glaube ich meines erachtens nach trotzdem noch mal ein bisschen schneller mit mt aber wie gesagt ihr könnt zwischen mt und kombat scout auch auf auf weber natürlich wechseln dasselbe gilt für das erste perk ich habe mich mittlerweile an eod gewöhnt heißt ich nehme weniger schaden durch sprengstoff also durch semtex c4 was auch immer raketenwerfer bogen ihr könnt natürlich auch quick fix spielen spielen vielleicht einige von euch auf weber weil ihr kriegt ja nach dem kill also nachdem ihr ihn wirklich full getötet habt also ihr müsst den kill der auf dem boden liegt oder der kill der nok der am boden liegt dann auch finish und dann kriegt ihr direkt lebensschub also dann geht quasi euer leben direkt wieder hoch gibt es auch findet ihr das spielen ich habe mich mittlerweile an eod gewinnt wie gesagt die zwei perks und die perks hier könnt ihr nach belieben ausrüsten ansonsten habe ich auch in jedem setup sofa auf weber würde ich euch immer ein wurfmesser empfehlen einfach dass ihr die gegner schnell finishen könnt und ja das dann weil wieso auch nicht das dann ist immer noch die stärksten taktik granaten dann als zweit loadout quasi wenn dort zum ersten habe ich restock anstatt geist ich sage ehrlich ich habe glaube ich nie gehe ich wirklich anderen zweites loadout auf rebirth das mache ich einfach nicht weil meistens ich erwarte immer nur feiten 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 falls ihr es doch so macht ihr seid ein bisschen passiverer spieler oder er vergeht spielt eher im team geht auf den sieg würde ich euch restock statt geist empfehlen und warum restock gibt euch erstens immer eures dann euer wurfmesser zurück und ich glaube sogar gibt es auch das wurfmesser zurück ich glaube schon ich bin jetzt noch nicht 100 prozent sicher aber ich glaube es müsste so sein auf jeden fall kriegt ihr immer das dann zurück zur pränen weil man mit der doch relativ langsam ist momentan auch eine wengart waffe ist die stg ich habe sie jetzt so gebaut dass sie für mich ja sich sehr gut anfühlt vor allem auf wir haben die hat eigentlich gar keinen rückstoß die waffe also ihr müsst wirklich nicht meiner gegenheit mit dem controller ihr könnt hier noch gerne den schafft spielen statt dem letzten das ist alles so ein bisschen geschmackssache falls ihr euch für den entscheiden sollte würde ich euch dann empfehlen den polymergriff zu spielen das jetzt zumindest ein bisschen flinch resistance habt flinch resistance bedeutet in dem oder bedeutet im endeffekt wenn ihr amt oder ihr schießt auf jemanden und ihr werdet angeschossen dass das aufschrecken also quasi das hochziehen der waffe nicht ganz so stark ist wie gesagt ansonsten perks immer identisch jetzt kommen jetzt mal zu einem spaß oder was ich tatsächlich immer noch sehr gerne zocke das ist die mw k jetzt nicht wundern warum kein schalldämpfer ich habe kein schein war drauf weil auf river gehe ich immer komplett rein immer full pace alles rein da rein da rein da spiele ich ohne schalldämpfer gehe auf maximal ads speed dass ich ganz schnell im scope in bei der k falls ihr es habt immer ganz wichtig hier auf anpassen gehen und dann das zweite fadenkreuz auswählen finde ich viel cleaner wie gesagt ansonsten ohne schalldämpfer und natürlich dazu dazu die wunderschöne mw mp5 hier ohne schafft also mit dem collapsible schafft sorry nicht ohne sondern mit dem kurzen schafft ich habe als perk fingerfertigkeit ihr seht auch auch ohne schalli ist auch sage ich mal ein bild der ja sehr auf movement basiert aber man hat trotzdem ich finde man braucht fingerfertigkeit vor allem wenn ihr gerade vierer spielt auf damit ihr ja ein zwei gegner locken und direkt nach landen können seite mal kampfbereit sage ich mal nicht dass ihr da zu viel zeit verblendet von dem her habe ich das loadout so gewählt ist wie gedacht damit könnte ich auch sehr schnell bewegen finde ich im verhältnis oder im in kombination sorry falsches wort in kombination mit der sniper auch sehr sehr nice wie er probiert gerne mal die k aus wie gesagt ist vielleicht wenn ihr passiv was spielt könnt ihr sehr gerne entweder das hier weg machen bzw falls ihr passiv was spielt sagen wir es mal so würde ich empfehlen das weg zu machen hier dann den monolitik suppressor monolitik suppressor aufzumachen eventuell sogar hier den habt ihr jetzt gar nicht gesehen den position also quasi den ersten den ersten schafft dann habt ihr quasi noch mal mehr stabilität im aim oder wie gesagt wenn jetzt mal versuchen wollt kann ich euch nur ans herz legen treibt mal oder versucht mal mein loadout bild für die k und geht ein bisschen mehr auf speed wie gesagt die distanzen die auf die auf wie wir halten sich ja meistens ohnehin im rahmen dann eins meiner absoluten lieblings loadouts auch wenn sie die m2 ein bisschen schlechter gemacht haben ist die m2 mit ots m2 mit ots ich zeige euch hier noch mal ganz kurz die auftritt ihr seht sie sogar alle 40er megfeld agent ist ja wie gesagt eigentlich klar kennt jeder von euch verwende ich jetzt nicht viel zeit drüber und meine absolute lieblings smg musste ich sagen bis heute mit vielleicht kroatien befindet gut im wb ist wieder zu lang her aber sag ich mal in der neueren vergangenheit ist die ots ich spiele sie mit skelettschaft und mit schlangen umwicklung ihr könnt sie auch anstatt mit schlangen umwicklung mit tiger team aber ich finde das schlangen umwicklung dann noch mal besser taugt und das ding ist movement monster man hat man ist sehr schnell alles ist sehr geschmeidig man kann sich sehr nice damit bewegen das und die ots ist immer noch ein monster im absoluten nahkampf mit dem also ein bisschen cold wo loadout hier m2 hat mittlerweile ganz gut recoil falls ihr mit dem zwei nicht zurecht kommt könnt ihr auch sehr gerne die c58 benutzen die baut ihr auch genau gleich wieder hier letzter lauf letzter schalli fällt agent hier würde ich euch das 45er meg auch ans herz legen und natürlich dreifach visier falls ihr bei falls sie jeweils reingeschaltet habt anstatt das standard wie sie finde ich immer sehr nice ist das hier aber das ist alles geschmackssache müsst ihr einfach schauen was ihr da auch ready habt und was nicht wie gesagt ansonsten c50 oder m2 je nachdem mit was ihr besser zurecht kommt auch sehr nice dann gehen wir jetzt mal ins next slow das ist die bar auch eine bankart waffe ich zeige euch noch mal ganz kurz die aufsätze ich bin den was ist das für ein schaft ist das der letzte ne wieder der zweite zweite schafft wie gesagt falls ihr irgendwie fast nicht sehen soll was hier auf englisch ist will ich das zu entschuldigen aber ich denke mal die meisten sachen könnt ihr auch an den symbolen erkennen hier stippelt ist das letzte ansonsten auch quasi ja mal was anderes keine preen keine stg aber auch eine sehr starke waffe ist halt in der feuerrate deutlich langsamer macht aber unnormalsten schaden also wie gesagt auch gerne mal austesten ist das was für euch mp40 dazu ja so wie eben wieder mit brand munition ihr seht es hier selbes genau selbe selbe mp40 wie von oben jetzt hier man auch loadout was ist vielleicht was ihr vielleicht noch nicht so oft gesehen habt aber auch wirklich ein sleeper was leute nicht wirklich spieler was echt stark ist und vor allem ich liebe die xm4 weil es diese wunderschöne vielleicht sieht es im hintergrund so ein bisschen ich auch noch mal die kirk dass jetzt völlig weil hier diese wunderschöne blaupause blueprint was auch immer von der xm4 xm4 auch wie jede culture waffe da habe ich tatsächlich das 60er mac gewählt weil ja 45er finde ich ist ein bisschen knapp dann letzter lauf charlie feldagenten dreifach visier ist eine geile waffe vor allem auf 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 rebirth bei die distanz doch sehr überschaubar ist xm4 auch eine sehr starke waffe ist vielleicht bei dem einen oder anderen vergessenheit bei dem einen oder anderen in vergessenheit geraten ist auf jeden fall ja wohl für drei könnt ihr sehr gerne train ich glaube wird euch nicht enttäuschen dazu auch eine meiner lieblings waffen was movement angeht er ist die code mp5 mit dem radar stock sprich letzter letzter schafft ist es tiger team spiele ich tatsächlich auf dem 50er mac cruiser schleifschalengriff und agency suppressor ja spricht eigentlich auch für sich meist von euch kennen die waffe schon ist eine sehr geile kombo hier habe ich tatsächlich sogar double time drin also wie gesagt perks könnt ihr so ein bisschen ab und zu geben ich habe hier einfach normalerweise habe ich jetzt nicht gesehen xm4 mp5 auch eine coole kombi auf lieber falls jetzt mal nicht nur die meter waffen sein sollen hier auch die grau grau kann ich auch ans herz legen auf wie wir einfach mal eine waffe dies einfach mal die einfach mal bock macht zu zocken klar sie ist nicht mehr die stärkste wie gesagt habe ich habe ja gesagt die meter loader zwar sag ich mal die ersten drei vielleicht auch noch die bars eigentlich wenn man es genau nicht auch noch meter loader das hier ist auch mal so wie die card mb mp5 einfach mal loader was dann mal vielleicht zocken will kann wenn man bock hat mal was anderes zu spielen nicht nur immer diesen ganzen meter kram mache ich persönlich auch sehr gern hier auch selbst erklärt 60er mac wie man die mb waffen halt baut grau wunderschön wunderschöne waffe treibt sie auslasert immer noch dazu habe ich meine mp 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 auch wieder mit dem radar stock tiger team letzter lauf auch bruder kripp weil die hat eh keinen rückstoß 53er drum mac hier vielleicht auch noch wichtig zu sagen falls ihr einen ab die meiste von euch denke ich haben sie hier schauen ob ihr eine blau pause habt das ist einmal die erländisch was heißt irgendwie königlich und es gibt noch die hier diese also ihr seht die so ein bisschen vergoldet sind weil die zwei bin ich mir sicher bei denen weiß es gar nicht die haben ein kleineres iron side also normalerweise habt ihr auch dasselbe dasselbe hier wie ich falls ihr zu cold war zeit bisschen aktiv gespielt habt und den battle pass euch gegönnt habt habt ihr auf jeden fall das iron side sehr clean ist schon muss auf der mac 10 so jetzt sind wir auch schon beim vorletzten loader das loader das auch ein ganz exotisches die nagelpistole ich weiß gar nicht ob man die ich glaube die kannte man auch frei spielen ich hatte sie auch glaube ich wegen dem battle pass ist auch noch eine sehr starke waffe muss man halt dann nur schauen ob wenn man vierer spielt ob die munition reicht muss dann vielleicht öfters man fight dann nicht eingehen oder ein killen und in full kill und dann erst mal sich zurück euch müsst ihr euch zurückziehen und nachladen ansonsten ist immer noch eine sehr starke waffe die nagelpistole habe ich einfach mal hier reingeknallt weil ich jetzt nicht mit dem l10 loadout oder bullfrog loadout langweil einfach mal ein bisschen was exotisches hier rein buttern und ansonsten immer noch eine sehr starke waffe cold wo ak die cold war k hat im ja im vergleich zu em2 und ein paar anderen waffen den vorteil dass sie nicht wirklich ja angerührt wurde von den entwicklern das heißt die cold war kreis eigentlich immer noch ja eine sehr solide waffe ist jetzt nicht die krasseste waffe aber es immer noch ja eine sehr sehr solide waffe mehr kann ich dazu nicht sagen kann man auch sehr gut schein wie gesagt jedes loader ihr könnt euch auch gerne jetzt beispielsweise die kultur ak ziehen und das mal mit anderen loadout sich jetzt hier mit einer mp4 oder so kombinieren da würde ich sogar noch appellieren probiert euch mal ein bisschen durch oder vielleicht bockt dem einen sniper mit der nagelpistole oder ihr spielt die kultur ak ohne visier sag ich mal oder mit einem rotpunkt visier irgendwie als sniper support könnt dann noch ein bisschen mehr auf movement speed gehen wenn ihr irgendwie weil ich jetzt nicht beispiel hier macht ihr den suppressor weg warum geht es jetzt nicht so und macht dann hier noch ein skelettschaft hin also da sind euch denke ich mal keine grenzen gesetzt ich wollte einfach nur euch mal so ein bisschen input geben wie man es machen kann und dann könnt ihr auch noch mal fein justieren wie es genau haben wollt so also wie gesagt hier auch gerne die waffen mal durch mixen war mp40 also mp40 ist wie momentan die beste smg meines erachtens nach mit der ots aber wie gesagt auch eine mb mp5 macht sehr viel spaß einfach mal euch durch testen und jetzt das letzte loadout und das ist da spreche ich jetzt die leute von euch an die sag ich mal doch schon gute bis sehr gute spieler sind und euch einfach mal einen spaß erlauben wollen und das ist das absolute movement loadout also mit diesem loadout seid ihr so unfassbar schnell was soll ich sagen also ihr könnt da wirklich kreise kreise um die gegner laufen und die wissen nicht wo vorne und hinten ist das ist dies denn mit dem letzten schafft einfach auf sehr auf movement gebaut ihr seht ich habe akrobatisch als perk movement speed plus quick es macht auch noch mal movement movement speed aus print speed dann ohne 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 visier also klar ich könnte auch hier noch ein state reflect also drauf knallen aber ich bin es gerne ohne clean und ansonsten treibt man wirklich dieses loadout aus packt euch dann noch die stimme ein hier habe ich tatsächlich restock auch ich bin sogar nur live damit seid ihr so unfassbar schnell es ist so ein bisschen sag ich mal darauf ausgelegt dass er auch eure gegner so ein bisschen ja schon fast sicherlich gezielt von dem es ist vielleicht nicht für jeden was und manche sagen so ey das ist jetzt gemein aber es macht schon wirklich spaß ihr seid damit so geisteskrank schnell glaubt mir sogar wenn ihr ein wenn ein guter spieler vor euch steht und ihr habt diese waffe in der hand und drückt euch noch eine stim und ihr slidet der mann weiß nicht mehr wo vorne und hinten ist ihr seid unfassbar schnell damit wie gesagt schreibt es gerne mal aus dies denn ist auf jeden fall in movement monster in verbindung mit double time und der stim und restock das heißt ihr habt eigentlich fast unendlich stims kann das sehr viel spaß machen das loadout gesagt ansonsten hoffe ich ich hoffe ich ich habe euch so ein bisschen was neues gezeigt oder ich habe euch was altes wieder gezeigt dass er vielleicht so dachte ja stimmt die kommt ja mit fünf die war geil das ist sie mal lasst mich die mal wieder austesten da sind meine river flow dass die ich immer noch sehr gerne spiele ansonsten hoffe ich ja dass ihr immer noch spaß an river habt ich bin tatsächlich momentan am meisten river bei die neue map bin ich noch nicht so richtig mit warm geworden vor allem gibt es da so viele problemchen ich hoffe mal dass da zeit nach gebessert wird oder ansonsten falls ihr mal irgendwie das waren jetzt river flow darts falls ihr river tipps irgendwie sowas haben wollt stress wenn die kommentare rein auch so kipps immer mal wieder so kleine sachen erwähnt solche mit wurfmesser warum sollte man wurfmesser spielen auf was sollte man achten auf liebe falls ihr interesse habt an sowas schreibt in die kommentare ich setze mich sehr gerne hin macht noch mal ein video wirklich nur für rebe weil ich weiß dass viele von euch wie wir momentan mehr spielen als kaldera von dem her helfe ich euch da sehr gerne weil wie gesagt wir was meine liebe ich liebe liebe ansonsten ja hoffe ich dass euch ein bisschen was zeigen konnte vielleicht dem einen oder anderen auch sogar was neues neues loadout schreibt mir auch in die kommentare ja welches loadout euch oder welches loadout ihr am liebsten spielt welches euch in erinnerung geblieben ist vielleicht von cold war mw damals noch und ansonsten ja was ist mit dem video ja liken abonnieren kommentieren würde mich auch noch sehr freuen ansonsten viel spaß mit den loadouts und kommt auf jeden fall nicht in meine rebuff lobby weil ich weiß die meisten von euch sind ganz schön gute spieler also geht da liebe anderen auf den keks und nicht mehr und vor allem nicht mit meinen eigenen loadouts und an dieser stelle wünsche euch noch einen schönen tag und lasst euch gut gehen ciao ciao